Like a Hellcat! Oh Gott, Amari, was hätten wir sonst tun sollen? Was hätte ich sonst tun sollen? Das hätte Salim sein können. Oder Hank. Oder jeder von uns. Dieser Ort. Dieser furchtbare, beschissene Ort. Er macht mich zu einer von ihnen. Ich glaube, ich hätte da auch was anderes machen können. Aber wenn es funktioniert hat, dann ist es das wert für dich, meine Kleine. Du bist alles, was ich habe. Ich bin gespannt. Das gefällt sich ja echt interessant und crazy aus. Oh. Also ich weiß, dass das Spiel drei verschiedene Enden hat. Kann auch sein, dass es mehr hat. Aber ich weiß von drei. Und ich glaube, wir sind schon am Ende des Spiels tatsächlich angelangt. Ich hoffe es zumindest, denn es ist auf jeden Fall lang genug. Für meinen Geschmack. Richtig coole Reise bisher. Finde ich sehr, sehr geil. Würde ich bisher mit einer 8 bewerten. Ja, und scheinbar gibt es auch einen Wiederspielwert an den einen oder anderen Stellen. Im Labyrinth habe ich verkackt. Dann würde ich sagen, habe ich hier gerade jemanden gefoltert, obwohl es auch einen anderen Weg... Ach du Scheiße. Hoffentlich endlich nicht wie die. Ähm, obwohl es auch einen anderen Weg hätte geben können. Seinbar. Alles ist gut, meine Kleine. Ein Riss. Ein Weg raus aus dieser Welt. Wir können hier das Armband verwenden, um durchzukommen. Ja, okay. Ähm. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Komm schon. Komm schon. Öffne dich. Dann öffne dich. Oh, guck mal, da hinten. Hier öffne ich nur diese Tür. Scheiße, scheiße, nein. Nein, 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 nein. Stopp, verdammt, nochmal. Stopp, bring uns zurück. Scheiße. Warum gibt's denn hier keine Öffnung? Kein Knopf, den ich drücken kann. Der mir ja dann... Weißt du, das ist aber auch Assi von den Entwicklern. Wir zeigen dir mir den Ausgang und sagen, hier... Aha. Kriegst du nicht. Das erinnert mich an Borat jetzt, ey. Fühlt ihr, Borat? Wo der im ersten Teil von seiner... Was war das? Ich glaub, Cousine erzählt. Wo die... Quasi immer... Mein Armwärts, der Riss kann nicht mehr weit weg sein. Wo sie immer ihre... Ja... Ihr Glied zeigt einem anderen und sagt, nein, 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 das kriegst du nicht, das kriegst du nicht. Und eines Tages hat er bekommen. Und so fühle ich mich auch gerade. Die Entwickler zeigen mir den Weg. Denn jeder davon ist ein lebendiger Mensch. Oh Gott, nein. Oh, das ist heftig. Ja, ich fühle mich so... Weil ich gerade den Riss, also den Ausgang gesehen habe. Und so nach dem Motto, weil ich weitergefahren bin. Nein, wir haben wirklich kein verdammtes Glück. Oh, scheiße. Das ist doch dieser kopflose... Kopflose Penner da, oder? Oh, ja klar ist das, diese kopflose Penner. Krass. Alter, Falter. Ich verstücke mich mal hier. Ja, ähm... Was wollte ich sagen? Ich fühle mich so wie Dingens. Die Entwickler haben mir den Ausgang gezeigt. So, nein, nein, nein. Kriegst du nicht? Kriegst du nicht? Aber ich bekomme. Scheiße, diese Penner, Alter. Oh, hier sind die Texturen aber hässlich, wenn man so ganz nah dran ist. Oh, schnell hier rüber. Alter, sind die Viecher. Wer ist? Die Eier, was ich auch gesagt? Oh nein, da ist ja noch einer. Oder? Klar ist das einer. Wie viele sind denn hier? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Wow, wow. Der hat mich erwischt. Oh, scheiße. Ich hab die Kontrolle wieder. Oh, wirklich. Jetzt fahr mal schneller hier durch. Ist das angehalten? Oh nein. Ich glaub, weil der mich entdeckt hat, oder? Oh, scheiße. Ja, ich glaub, weil der mich entdeckt hat. Oh, fuck. Oh, scheiße. Boah, das tut weh. Oh, verdammt. Jetzt heißt das wieder rennen, oder was? Zu einem Riss? Oh, verdammt. Okay, das Ding, das, äh... Das sieht hier gerade voll aus. Richtig geil. Scheiße, Mann. Das ist ja richtig geil. Oh, nee. Oh, nee. Scheiße. Der war da noch. Was für ein Fuck, Alter. Da ist die Tür. Komm schon. Kriech. Das ist aber auch so geil gemacht. Das ist nicht cool, ey. Hier sind bestimmt noch welche. Was, 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 was von wo? Heu, Junge. Wie soll ich den denn sehen? Oh, fuck. Scheiße, Mann. Was sind das für Viecher? Was stimmt denn nicht mit dir? Verpustig. Nein, jetzt verwandelt sie sich. Oder? Ja, die verwandelt sich. Schon wieder verkackt. Oh, nein. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das war sie. Er läuft jetzt wieder zurück, oder was? Ich hoffe nicht. Sieht aber so aus. Oh, scheiße. Scheiße. Sieht aus wie Tod und Verderben, ey. Jetzt erwacht die wieder an irgendeinem Fleckchen, ne? Wo ich wieder... Diese Reatur. Dieser Fluch. Ich darf sie nicht gewinnen lassen. Oh, das sieht so scheiße aus. Nice. Die ist ja fast tot, ey. Oh, die eine Hand sieht echt scheiße aus. Was ist das? Bin ich nicht hier durch... Klar, hier bin ich doch durchgekommen. Hier muss ich lang. Ja, das ist jetzt scheiße gewesen. Komm. Aber ich finde... Was hätten die, äh... Besser machen sollen. Oh, labernicht. Scheiße. Wäre ich einfach durchgerannt. Hätten die diesen Stein beiseite gelegt. Hey, das sieht einsam aus. Ich glaube, die haben sich auch ziemlich einsam gefühlt, ey. Das ist echt... Richtig krass. Haben ihre Tochter verloren. Jetzt hat sie ihren Mann verloren auf diesen Scheiße-Expeditionen. Warum haben die die Scheiße-Expeditionen gemacht? Katastrophe. Okay, jetzt hoffe ich, kommen diese scheiß kopflosen Viecher nicht mehr. Hoffentlich habe ich jetzt einfach nur, ähm... Einfach nur das Scheiß-Portal finden, raus hier und, ähm... Das war's. Das wäre gut. Das fände ich richtig geil jetzt. Mh... Aber ich glaube, so einfach wird es mir nicht gemacht. Oder dem Spieler. Vielleicht erlebt ihr das Spiel ja auch selber. Also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Enden, wie ich das angesprochen habe. Drei Stück an der Zahl. Es gibt... Wir schaffen das. Ähm... Dadurch natürlich auch verschiedene Elemente. Die man hier so machen kann. Ui, 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 ui. Wie viele Menschen die entführt haben, die Drecksäcke. Alles, alles... Okay, die sind tot. Aber in einigen sind die noch am Leben. Ei, 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 ei. Ach, du Schande, Alter. Das ist echt heftig. Soll ich rennen? Soll ich nicht rennen? Oh, ich rennen lieber nicht. Scheiße, Mann. Boah, das ist echt assi hier, ey. Hört mir gar nicht. Soll ich einfach durchrennen? Was? Okay, wo soll ich jetzt hin? Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Lauf einfach. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich in die Sackgasse gelaufen. Fuck. Leg dich hin. Booster, Mädels. Booster, Mädels, Booster. Wir müssen nur zu diesem hellen Fleck dort oben auf dem Gebäude gelangen. Das ist der Riss. Was? Welcher Fleck? Welcher Fleck? Wann spricht sie? Ja, sie hat sich nicht von oben gesprochen. Ich gehe gerade runter. Oh nein. Okay, wenn sie von oben spricht, warum gehe ich dann immer tiefer? Scheiße, Alter. Ah, ich glaube nicht, dass ich das in diesem Part noch schon durchspielen werde. Das sieht tatsächlich nicht so aus. Okay. Hast du nicht gemacht? Ja, das ist kaputt. Wo? Ist das ein Injektor? Ja, für Kapseln, Füßigung, Füßigung. Hä? Okay. Ach, hier ist eine Erinnerung. Ziehen wir uns mal rein. Ich bin gefangen. Ich werde hier sterben. Ja, okay. Wir haben versagt. Unsere Sabotage hat das große Tor zerstört und die Welt gleich mit ihm. Ich habe mit eigenen Augen mit angesehen, wie die erfahrensten meiner Verwandten zu albtraumhaften, schwebenden Gespenstern wurden. Trotz allem lebt die Herrscherin weiter. Wie eine gewaltige Spinne hockt sie hoch oben auf ihrem Turm und saugt Leben und Schmerz aus den Fabriken. Ihre Herrschaft zu beenden war unsere Aufgabe. Und ich habe versagt. Vielleicht ist es ja meine Aufgabe. Dann ist all das hier... Ich habe noch Kitas Rezeptur. Falls irgendjemand, Gefährten, Fremde, Entdecker dieser Ruinen, diese Notiz findet, dann nehmt die Ampulle. Sie bringt das rote Fleisch in die Vitae und verteilt es so im ganzen System. Liest meinen Auftrag ab. Setzt dem Leiden ein Ende. Vergebt uns unsere Torheit. Ach, das rote Fleisch ist... ...was Gutes? Das ist ja wie... Weiß ich nicht. Oh. Was ist das? Kapseln. Ein Ansatz kann man ja ruhig Flüssigkeit einhalten. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Ach, krass. Das haben die infiziert hier. Guckt euch das mal an. Ah, krass. Okay. Wo ist... Meine Lampe ist weg. Ah. Oh. Hätte ich die... Oh. Ich hätte die, glaube ich, da... Ähm... Hätte die, glaube ich, auch finden müssen. Zack. Okay, ich glaube, das funktioniert so. Oh. Und jetzt wird das da vorne gesprengt, oder? Okay, muss ich mehrfach? Mehrfach? Nochmal? Nochmal? Ah, okay. Nochmal. Huh? Festhalten. Okay. Festhalten. Oh. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ich muss, glaube ich, laufen. Ob das so eine gute Idee war, ey. Autsch. Damit, das hört's. Damit, das hört's. Oh, oh. Oh, scheiße. Ach so. Jetzt muss ich einfach tauchen jedes Mal, wenn die kommen, oder was? Achso. Okay, jetzt geht's hier lang. Ja, ich glaube, ich muss tauchen jedes Mal, oder? Oh. Scheiße, Mann, lauf. Schwimmen, oder was auch immer. Oh. Dieses ekelhafte Vieh, ne? Sieh ich doch gar nicht. Hier kann ich schnell raus. Luft schnappen? Kann ich hier hin? Boah, ich glaube nicht. Ich muss, glaube ich, hier lang. Scheiße. Oh, fuck. Scheiße, Mann. Boah, ich muss den im Auge halten. Lauf, 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 lauf. Hier lang, schnell. Scheiße. Scheiße, ich dachte, das wäre das Richtige, oder? Geht's hier rechts lang? Vielleicht tauchen. Scheiße, Mann, wo geht's denn hier lang? Muss ich hier tauchen? Oh, formerly stirbũ. Hitler. Philip? Oh, mach dich. Oh. Oh, mach. Oh, mach dich. Oh, mach dich. Oh, mach dich. Oh, mach dich. Oh. Oh, mach dich. Das geht aber ganz in Leib, ey. Ich bin gut. Die Gute. Boah, scheiße, Alter, das war knapp Junge, das war richtig knapp Was ist? Nein, 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 nein Was ist das denn? Ach, nicht schon wieder, ey Scheiße Ich dachte, unter Wasser kann mich das Finitionen Fuck Scheiße Jetzt bin ich schon wieder Ah, im Arsch Und wieder so ein ekelhaftes Vieh Ich hab's aber auch nicht so mit den Schleichspielen Hab's einfach nicht drauf Jedes Mal laufe ich den in die Arme Den Gegner Also das ist kein Spiel für mich Wo bin ich denn jetzt schon wieder, ey Schau mich nur an Oh Gott Ach du Scheiße Ach du Scheiße Alter, wenn ich hier rauskomme, bin ich schon fast tot Ich glaub, ich werd zum Monster Alter, Alter, ey Hm Ich glaub, das beste Ende kriegt man, wenn man hier kein einziges Mal erwischt wurde, ey Oh Scheiße Oh Scheiße Ist aber auch richtig behindert gemacht, ey Oh Scheiße Boah, nein, Alter, die Arme Boah Diese Scheiß Viecher, ey Ich glaub, ich glaub, wir haben's geschafft Okay 100 Das gefällt mir halt, wie ich an jedem Spiel bin Sieg Also gut ist, dass man nicht verlieren kann Das find ich ganz cool Das Also So, komm Oh, Amari Ich möchte mich gerade einfach nur hinlegen Nur ein kleines bisschen Aber wir können noch keine Pause machen Also ich find das geil Ähm Ach du heilige Schaus Schau dir das nur an So viele Leute So viel Folter und Schmerz Für was? Um alles aufrecht zu halten Verschwinden wir von hier Ähm Ja Also so kriegen auch Leute die Chance Ähm Das Spiel durchzuspielen So wie ich Die halt Nicht so gut schleichen Ich weiß nicht Wohin uns das bringen wird Aber schlimmer als das Kann es nicht sein Ja Hält sich gut an Wie läuft's? 21 Minuten Soll ich den hier beenden? Oder soll ich noch ein paar Minuten durchziehen? Ich zieh noch ein paar Minuten Komm Ich zieh noch ein paar Minuten Oh, das sieht aus wie Zuhause Brief, okay Arzt Ausbruch im Kindesalter Fieber Krampfanfälle Nerven Degeneration Langsame Entwicklung Erbrechen Verlust des Hör- und Sehvermögens Muskelschwund Keine bekannten Behandlungsmöglichkeiten Atembeschwerden Innerhalb eines Jahres Tod Unumgänglich Die ganze Welt Zerbrochen Alice Amari Amari Alice ist weg Ich weiß Was hab ich dir egal gemacht? Alice ist weg Ich will nicht weggehen Amari, was ist los? Mama, ich will nicht weggehen Oh Scheiße Das Baby hab ich ja noch gar nicht gesehen Oh Gott Oh Gott, was ist denn jetzt los? Lass mich nicht los Amari Amari Oh Scheiße Bitte Ich will nicht weg Ich komme Ich kann es vergessen Meine Chance Okay Ich dachte die würden irgendwas sagen Aber scheinbar Ist das nur eine Ladesequenz Komm schon Okay Alles weiß Was geht ab? Was geht ab? Wo sind wir jetzt gelandet? Ey Schiffbrüche Okay Amari Boah, die Arme Wo? Oh nein, nein, nein Sie ist schon wieder gewachsen Noch nicht Noch nicht Achso, krass Ach nein Die Fruchtblase ist gegenseit Meine kleine Warte nur Bitte warte für mich Ach du Scheiße Warten in der Wüste Ich glaube Das schaffe ich nicht Ach du Scheiße Was ist denn jetzt los? Boah Die bewegt sich ganz, ganz träge Haben die echt geil gemacht Rauch Das Dorf Wo? Ach, da hinten Vielleicht Vielleicht Oh, ich muss es nur hier hochschaffen Boah Ist das krass Junge Was haben die echt geil gemacht? Jetzt muss die auch noch Da die Leiter hochkraxeln Ey Die Stadt Sie ist sehr Doktor Tasi Tasi Oh, dem Himmel sei Dank Ich brauche sie Ich brauche sie jetzt Ich weiß, es ist verrückt Aber das Baby Meine Fruchtblase ist geplatzt Jasmin Ergriffen zum Turm Haben sie Der Turm Ich versuche es Ich versuche es Okay Halte durch Meine Kleine Halte nur durch Boah Junge Oh Scheiße Oh Das ist übel Aber das haben die gut gemacht Dass sie so ein bisschen Träger ist Nicht mehr so hoch So gut hochkommt Verdammte Scheiße Uff Alter War das Wie das aussieht Und das habe ich Nur dadurch Weil ich so oft erwischt wurde Von diesem Scheiß Monstern Ey Vor allem jetzt Zum Ende hin Oh Oh shit Sieht sich aber Nicht Nicht gut an Also dieses Dieses Monstergeräusch da im Hintergrund Das Das ist Nicht gut Alter Schafft sie es Komm schon Komm schon Da ist schon der Rauch Schaffst du Oh jetzt muss sie auch noch balancieren Das ist krass Scheiße Okay 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 Schritt für Schritt Och Geschafft Gott sei Dank Da sind wir gleich Uuh Komm schon Komm schon Ich weiß nicht Ob ich das schaffe Ja Ich weiß auch nicht Ob sie es schafft Das erfahren wir in der nächsten Part Das ist glaube ich Ein guter Zeitpunkt Um aufzuhören Vielen Dank fürs Zusehen Leute Ich hoffe ihr seid beim nächsten Part Auf jeden Fall mit dabei Ich wünsche euch alles Gute Bleibt gesund Ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal